In diesem Video geht es um die besten Rudergeräte. Der Qualitätssieger in unserem Rudergerät-Test geht an das Scandica NEMO. Die erfolgreiche Rudergerät-Linie NEMO bekommt einen platzsparenden Zuwachs. Der NEMO Compact ist ein absolutes Raumbunder. Egal, ob Studentenbude oder Mini-Apartment, der NEMO Compact ist schnell zusammengeklappt und somit auf eine Fläche von nur 0,42 Quadratmeter verstaut. Damit bringen Sie das Wasserruder-Konzept auch in die kleinste Wohnung. Die kleinste Version des NEMO kommt mit seinem einzigartigen Easy-Packing-System, das heißt bereits zu 90% vormontiert, einmal aufklappen, kurze Entmontage und schon kann das Training beginnen. Trotz seiner kompakten Maße ist er ein optimales Ganzkörpertrainingsgerät für Sportler bis zu 130 kg. Die Anti-Rutsch-Fußrasten, der extra gepolsterte Sitz und die schweißabweisenden Zuggriffe machen das Training zu einem komfortablen Workout auch auf längeren Distanzen. Um eine noch bessere Trainings-Performance zu gewährleisten, zeigt dir das große Display-Distanz, Zeit, Zeit pro 500 Meter, Ruderzüge sowie Kalorien und Puls an. Nicht zuletzt wird auch im NEMO Compact derselbe Wassertank genutzt, den schon seine großen Brüder verbaut haben. Reibungslose, fließende Ruderbewegungen mit natürlichem Wasserwiderstand für ein angenehmes und effizientes Ganzkörpertraining. Die Widerstände sind zudem einstellbar durch sechs verschiedene Wasserstands-Level. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Sport Plus Rudergerät. Das achtstufig regulierbare Magnetbremssystem sorgt für einen flüssigen Ruderzug. Der kugelgelagerte Komfortsitz gleitet zudem sanft auf der Alu-Rollschiene. Die hochwertige Verarbeitung und durchdachte Konstruktion sorgt für Stabilität, Komfort und maximale Sicherheit. Alle wichtigen Daten rund um das Training können auf dem Display abgelesen werden. Die Synchronisation mit einem Brustgurt ist möglich. Nach dem Training kann das Rudergerät einfach zusammengeklappt und weggerollt werden. So fügt sich das Gerät überall gut ein. Rudergeräte eignen sich hervorragend für das Workout zu Hause, da man mit ihnen gleichzeitig Ausdauer und Kraft trainieren kann. Es gibt Rudergeräte mit Magnetbremssystem, Turbinenbremssystem oder Wasserwiderstand. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Rudergerät-Test ist das Neze Rudergerät. Das Neze Rudergerät verfügt über 16 Widerstandsstufen, eine glatte Gleitschiene, einen gepolsterten Skibesitz und rutschfeste Fußpedale für eine große Vielzahl von Ganzkörpertrainingsübungen. Diese Maschine verfügt über eine übersichtliche Anzeige, auf der alle wichtigen Messwerte während des Trainings wie Kalorien, Zeit, Anzahl und so weiter angezeigt werden. Dieses komfortable Rudergerät mit LCD-Monitor und integriertem Sensor ermöglicht es Ihnen, sich an Ihren Ganzkörpertrainings anzupassen. Das magnetische Spannungssystem und die robuste Aluminium-Gleitschiene bieten sich eine relativ ruhige Trainingsumgebung, in der die Benutzer während des Trainings Musik hören oder Filme ansehen können. Der bequeme Griff und die rutschfesten Fußpedale sorgen für mehr Gleichgewicht und fördern eine geeignete Ruderposition, helfen Ihnen beim Aufbau Ihrer Fitness und sorgen bei jeder Wiederholung für ein reibungsloses und komfortables Rudererlebnis. Dieses Rudergerät verwendet eine geschlossene Kettenabdeckung, um sicherzustellen, dass die Kette sauber bleibt, leicht in aufrechter Position gelagert werden kann und die superleisen Räder es Ihnen ermöglichen, das Trainingsgerät in Ihrer Wohnung von einer Stelle zu einer anderen zu bewegen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.